Es ist ein Ja und dann gehen wir noch ein bisschen shoppen Nee nicht telefonieren Panzer und kaufen Hier Sack Was voll Ach ich hab schon voll Okay Was hast du mit Feuerwerk Ach das sind ja mehr als vorher Wow Ach das da Feuerwerksabschussgerät 37 Ammer noch für gute Waffen Präzisionsgewehr Ja ich hatte aber hier Rechts da Nur die ersten 8 Waffen Links Und die 8 In der Mitte Und den Raketenwerfer Das ist jetzt neu bei mir Habe ich denn hier noch Habe ich denn hier noch Auf Oh ich habe einen Fallschirm Ich könnte einen Fallschirm kaufen Das ist auch neu Hauptfallschirm Reservefallschirm Fallschirm Fallschirm Rauch Fallschirm Rucksack Die sind aber auch teuer Die sind aber auch teuer Roter Fallschirm Habe ich jetzt einen Okay Ja da hat es ja viel Verschiedene zur Auswahl Hm Munition Ähm Mikro MP Voll Nächste Voll Sturmgewehr Sturmgewehr Habe ich das auch noch nicht Ist das Sturmgewehr gut? Ja geht so Dann haben wir noch den RW was wie heisst das Ding Ah die schwere Schrotflinte Ok Und Muskel Einsatz PDW Wapwapwapwapw Auch voll Hm Kompaktgewehr Dann nehme ich noch ein Scharfschützengewehr Hast du so eins? Ach du Scheisse Es gibt neue Outfits Wo stehst denn du? Wo stehst denn du? Ach da Ich seh dich fast nie Du bist so durchsichtig Geist Patriot Stolz Oje Sackos Mass Anzugsjacken Lederjacken Rockerjacke Elegante Jacke Ey ich könnte so ein Schaolin Kleidchen anziehen Ach das sieht her Haha seh ich bescheuert aus Bombejacken Uhhh 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 Ach komm die nehme ich jetzt Ha! Gibt's noch? Überzieher Überzieher Was ist denn das? Ah ne T-Shirts Ne Hey wo hast du das Ding her? Wo hast du das her? Wo hast du das her? Unabhängigkeit Da musst du drauf Ja Geil Siehst du mich? Da gibt's verschiedene Habe ich ne coole Jacke an? Ja Wie hast du denn jetzt nur ne Jacke angezogen? Ich hab einfach die Jacke gekauft Ich hab hier nur Outfits zum Kaufen Hä? Wo hast du denn? Ich hab Sakkos, Massanzugsjacke, Lederjacke, Jeansjacke Ah Da hab ich überall noch Sternchen Ne du musst Ne du musst weiter nach rechts Hier Outfits Da hast du dann die ganzen Ami Sachen jetzt zum Feiertag Ach hier Das sind zwei Abteilungen Ok Das wusste ich jetzt noch mal nicht Ne Und wo finde ich denn Unabhängigkeit? Ganz unten Äh Ne oben relativ Mann hat's da viel Auswahl Outfits gespeichert Nö Ach da ist er Wurde freigeschaltet Welchen hast du? Geist Ja Stolz Unabhängig Ah ne das ist nur T-Shirt Ich liebe Amerika Ach das So sehe ich ja aus wie am Anfang Hast du Geist genommen? Dann nehme ich den Patriot Mit dem Ich hab Geist ja Mit dem Hut Was sieht das aus? Schwester? Ja Ja Hübsch Ach komm Ich versuch Ach das Also das müssen wir schon live bringen Das schreibe ich nach dem Erik Der ist ja Amerikaner Da haben wir gleich mal Den amerikanischen Pass bekommen wir dann Umsonst Also ich hab alles Was gibt's hier in der Mitte? Hab ich auch Raus Raus So Schaut gut das Ich steige ein Ist das ein neues Auto von dir? Ja Also das heisst es kostet viel Ja Für den habe ich ja so gespart Und du möchtest nicht gleich wieder weggebombt werden? Wieso? Ich meine ja nur Wir müssen die mir ja bezahlen Der wird ja ersetzt Der ist ja versichert Na gut Auf in den Kampf Also ich bin mit dem Onyx Seinem Mal Ein Stück geflogen Und? Ging gut? Ja geil Ja Ja ist schon praktisch Wir haben nur die Raketen Weisst du was du verpasst hast? Heute? Sir Sir Roman Ging live Oh Wow Da mit Heavy Rain Achja ja es ist ja gratis jetzt Aber er konnte nix reden Weil sein Headset kaputt war Alle beide? Die hatten doch zwei Nö Ich hab dann Ich hab mal reingeschrieben Hallöchen Und dann kam nix Und es lief und lief So zehn Zwölf Minuten Dann dachte ich Okay Schreib mal Roman Mikro an Fragezeichen Dann irgendeine Nach 15 Minuten kam dann Ah grüss dich Markus Äh ne ist kaputt Ach schade Hier gibt's noch mehr Zeug Markus Sicher Ja ich bin grad bei Hüte drin Können wir hier also uns dumm und dämlich eindecken Hier gibt's noch verschiedene Hier gibt's noch eine USA Krone noch einen anderen Zylinder Krone? Ja Das sieht aber doof aus Einsatzhelme Binies Wann die Hüte Oberteile Oh mein Gott Schiebermützen Oh mein Gott hat's da verschiedenes Zeug Fedoras Ja das sind so grosse Hüte Cowboyhüte Strohhüte Ey die Das ist ja wahnsinn die Auswahl Schon beim Anderen Laden Also gibt's auch Äh Noch ein bisschen mehr T-Shirts Oder sonst irgendwas Neues? Ich guck gerade Ja es gibt noch USA T-Shirts Tatsächlich Ah oder so Ich frag mal Hallöchen Habt ihr noch ein bisschen mehr Reizwäsche? Bodysuits Ähm Ne aber Bodysuits Das wäre Ah das sind diese leuchtenden Dinger Oh Stratmodell Bodysuits Ach siehst du das was ich jetzt anhabe? Nein jetzt gerade nicht Hab ich den schon? Dein Häkchen Dein Häkchen ist meine Kommande Haha Das ist ein großarter Preis Ja was Ja was Der hat ein Häkchen Ist der gratis oder was? Hm Und dein Häkchen das hast du das glaube ich schon Das hab ich nicht gekauft Valentinstag Valentinstag Abend Das hab ich ja in Rot Ne hier ist nichts Neues Oh 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 Das sind aber viele Spieler hier Plopft bei dir links auch so ne lange Liste auf? Ja Ist echt gut voll Ok Schuhe Was ist das da hinten? Opo Teile Jetzt hier Opo Teile Hosen Mach mal Hosen Also ich denk Hier kannst du dich dumm und dämlich eindecken Oh ja Stiefel Hochhackige Stiefel Äh Nein Turnschuhe Schuhe Die sind alle neu Weisse Glitzerschuhe Rote Glitzerschuhe Oder blaue Glitzerschuhe Das ist heute die Frage Hm Ich frage mich das auch gerade mit marineblau offene Schuhe Ne das hat ein Schloss We have more in the back Welche Schuhe hab ich jetzt an? Adida Sandalen Schwere Stiefel Schwere Stiefel Ballerinas Ach du hast die roten Glitzerschuhe an Okay Hm Also ich hab rote, du hast weisse Was ist so wie die Ja ich bin Ich bin dann überlegen ob ich mir jetzt die blauen nehme Egal Aber nicht unter Stiefel Aber nicht unter Stiefel Äh ne ich glaub hochhackige Schuhe waren das Hochhackige Schuhe Ja genau Da gibt's unten rote Glitzerschuhe die hab ich schon Und da gibt's noch weisse Glitzerschuhe die hast du Wo hat's noch? Ach hier blaue Zebra Lackschuhe Neonpink Lackschuhe Himmelblau Oder nur blau Rote Lackschuhe die hab ich auch schon irgendwo Man das hört ja nicht mehr auf das geht ja weit runter Und da gibt's noch oh man Die wären Ne hab keine Frage 64 Verschiedene Schuhe Und Die kannst du nach Anklicken Und wenn Die anklickst Dann gibt's noch mehr Ne Wahnsinn Ich lass mal ich will nicht unter eine Million fallen Nur wegen der Schuhe Die Look Go N fish Und Ich jetzt Abort brille kannst du auch noch kaufen ja aber wir haben ja schon so eine komische sternbrille und die andere davon ist nicht so schön aus ich lass die mal an nicht dass die zum outfit gehört nimmst du eine neue brille und dann verschwindet das ganze outfit die ist auch nicht schön die andere es ist hier nix zum glück ist mordor und onyx nicht nicht hier aber ich würde das mal gern für männer sehen was es da so gibt schon doch coole sachen weil sonst wären wir jetzt nicht raus gekommen ja okay das stimmt der mordor wieder geparkt und ein gelächter haben wir eingekauft bist du wieder am auto putzen ja einmal drüber wischen wenn ich durchs auto durchgefallen irgendwie standst du da gerade drinnen ja steigen wir ein das war die einkaufstour mit jacquemann dann versuche ich versuche noch mal live stream zu starten ja 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 ja